Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Krypto Anarchist. Der Preis von XRP heute bei 51 Cent, 2% nach oben. Generell der ganze Markt wieder deutlich grüner und eigentlich sind fast alle Coins hier im positiven Bereich. Viele sogar teilweise bis zu hier 11% nach oben bei Shiba Inu. Und andere Coins sind auch wieder grün, denn Bitcoin ist über 30.000 und das ist für die meisten Leute mit Sicherheit sehr, sehr bullish. Der erste Tweet für heute kommt von Brad Garlinghouse, dem CEO von Ripple. Und hier geht es einmal um deren aktuellen regulatorischen Stand in Singapur. Denn sie haben hier großes Glück bzw. große Ehre, Glück wahrscheinlich eher nicht, dass sie hier als eine der Handvoll Firmen, also unter 20, weniger als 20, in Singapur auserwählt wurden für die sogenannte MAS MPI Lizenz. Und diese Lizenz ermächtigt sie dazu, digitale Zahlungen bzw. digitale Zahlungen in Form von einem Token anzubieten. Das Ganze also komplett reguliert jetzt in Singapur und da wird der Status von XRP mit Sicherheit nicht unklar sein oder ja, wir müssen mal schauen und irgendwie ist es auch eine Aktie oder sowas. Nein, andere Länder und andere Regionen auf der Welt haben ganz klar schon das Go gegeben oder geben es jetzt gerade wie hier beispielsweise und sagen, kein Problem, Ripple, ihr dürft hier agieren. Und nicht nur das, sie dürfen agieren als eine der Handvoll Firmen, die diese Lizenz jetzt erhalten haben. Und dass das halt eben nicht jeder bekommt, das sollte glaube ich auf der Hand liegen. Von daher hier großer Win wieder mal für Ripple und auch großer Win natürlich für XRP, dass da diese digitalen Zahlungen so ausgeführt werden dürfen bzw. dass diese da so angeboten werden dürfen. Und das ist mit Sicherheit ein großer, großer Punkt. Ich denke, das wird keinen Einfluss auf die USA-Situation haben, dass da irgendwie regulatorische Klarheit deswegen jetzt anders behandelt werden wird oder so offensichtlich. Aber trotzdem ist es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und von daher super News hier bei CNBC Tech haben wir hier das Ganze nochmal auch als richtigen Artikel veröffentlicht. Dann geht es weiter mit einem kontroversen Tweet und zwar vom Detective. Und hier geht es um einen E-Mail-Verlauf, der intern bei Ripple sich zugetragen hat und zwar zwischen Brad Garlinghouse, dem CEO von Ripple und einem Mitarbeiter, der da anscheinend in dem strategischen Sektor arbeitet. Und zwar geht es hier um das XRP-Volumen, genauer gesagt um das spekulative XRP-Trading-Volumen. Und zwar sehen wir hier den Verlauf und zwar hier von diesem Patrick Griffin. Er schaut dann hier, hallo Brad, wir haben für Quartal 2 einiges im Petto, all diese guten Dinge für XRP. Das Ziel ist es, das spekulative Handelsvolumen von XRP nach oben zu treiben. Also quasi das sollte darüber reden. Und dann führt er hier ein paar große Punkte an, wie sie das erreichen wollen. Auf der einen Seite hier Fragen beantworten von Skeptikern. Dann haben sie hier nochmal das Escrow-Announcement mit dem Supply, dass sie unter 50% sind wahrscheinlich. Dezentralisierung von Validator-Nodes, XRP mit dem Ripple-Netzwerk connecten und so weiter. Und eigentlich möchte er hier auf den vierten Punkt hinaus und zwar Influencer-Engagement, also dass andere Influencer auf diesen Zug mit aufspringen und auch über XRP sprechen. Und da so ein bisschen die Gerüchteküche wahrscheinlich auch anheizen. Er sagt dann hier, congratulations, you are played. Die haben einen an der Nase herumgeführt. Und aus meiner Sicht lese ich das Ganze tatsächlich nicht so. Und da würde mich tatsächlich mal eure Meinung in den Kommentaren interessieren, ob ihr sagt, das Ganze ist wirklich so böswillig gemeint. So dieses, haha, ja, wir bringen jetzt die ganzen Leute dazu, ganz viel XRP zu handeln. So in der Form. Oder sagt ihr, nein, das Ganze geht mehr in diese Richtung, ja, die wollen einfach Aufmerksamkeit. Die wollen einfach Augen auf XRP haben. Denn so verstehe ich das hier in gewisser Weise. Ich kann aber natürlich auch so verstehen, dass man das hier nicht im Good Faith liest, dass man dann das so ein bisschen hier so, ja, quasi negativ interpretieren kann, definitiv. Was ich aber auch super interessant fand, darunter von Fintech, gab es hier nochmal einen kleinen Atominem-Angriff dann quasi gegen diesen Detective. Und zwar sagt er hier, ich verstehe es einfach nicht. Wenn Ripple doch so eine schlechte Firma ist, die so schlechte Dinge tut, warum ist sein Onkel dann weiter dort angestellt bei Ripple? Und warum hält er auch Aktien? Und warum besitzt er auch XRP? Warum? Er ist doch so talentiert und wealthy. Er hat doch so viel Geld. Er könnte doch überall anders hingehen oder einfach in Rente gehen. Warum macht er das nicht? Es macht einfach keinen Sinn. Und Rose XRP schreibt dann hier, Onkel, hm? Also das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung hier, würde ich sagen, in Bezug auf den Detective, wo man sagt, hm, ist vielleicht sein Onkel da irgendwie mit involviert? Ist der irgendwie auch vielleicht biased oder sowas? Man weiß es nicht. Und die Gerüchteküche brodet mit Sicherheit. Wir haben hier Sevo über den Zusammenschluss von Ripple und Metaco. Und da sagen sie hier, das könnte eine große Bank sein. Wir erinnern uns, Ripple hat ja auch schon eine Bankenlizenz in manchen Teilen der Welt. Und das könnte ein wichtiger Schritt sein, ein wichtiges Puzzlestück sein, um verschiedene Banken quasi zu vereinen, als eine große Bank irgendwie. Natürlich nicht in Form von einer Fusion, aber in Form von Zahlungen, die darüber abgewickelt werden. Das Ganze hat ja auch mit Hedera zu tun. Zumindest wird das so spekuliert, dass da über drei Millionen Hedera, also H-Bar, rüber zu Metaco geschoben wurden. Interessante Sache. Und wir sehen generell Riesenpartnerschaften, Riesenfirmen hier. Also das ist nicht mal irgendwie eine Random Firma, die einfach ein bisschen gut performt und wo Ripple einfach ein bisschen Geld mitmachen will. Sondern ich glaube, die sind schon ein zentraler Punkt in dieser ganzen Geschichte. Dann geht es weiter von Mecatec XRP. Und hier geht es um einen Experten. Und zwar sagt dieser Experte hier, dass Ripple niemals eine Chance hat vor Gericht und dass das Ganze in Zukunft einfach ewig dauern wird und dann XRP bzw. Ripple einfach verlieren wird. So wird das hier hingestellt, sagt Max Kaiser, wer auch immer das ist. Ist auch eigentlich ziemlich egal, denn es geht eigentlich hier nur um diesen Satz, diesen Nebensatz, sagen Experten. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, ja, das ist zwar schön, die Frage ist aber immer nur, wer gilt als Experte? Also was muss man mitbringen, um so ein Experte zu sein? Denn Experte ist ja kein geschützter Begriff. Also ich bin auch Experte hier im Bereich Krypto, weil ich befasse mich mit XRP und ich bin auch Experte im Bereich Jura, weil ich habe ganz viel von John E. Deaton gelesen und ich kenne mich auch super aus im Bereich AI. Ich bin da auch ein Experte, so in der Form. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nämlich jeder kann sich einfach so Experte nennen, egal was für ein Fachwissen er da hat, beziehungsweise auch andere Medien können andere Leute Experten nennen, gar keine Frage. Und deswegen sollte man bei solchen Headlines auf jeden Fall immer aufpassen und immer ein bisschen mehr lesen als nur die Überschrift. Das möchte ich ja auch hier in den Videos immer vermitteln. Dann haben wir hier einmal Wendelei und zwar geht es hier um die Bitcoin-ETFs, die ja angekündigt wurden, beziehungsweise anders. Es wurden erstmal Anträge gestellt darauf, diese Bitcoin-ETFs irgendwie erhalten zu dürfen. Und was ich da immer ganz wichtig finde, man sollte sich nicht von dieser Euphorie so ein bisschen packen lassen, sage ich mal, wenn es jetzt gerade darum geht, dass man denkt, okay, jetzt kaufen einfach alle Leute Bitcoin und dann geht Bitcoin irgendwie in die Hunderttausende oder sowas. Ich bin der Meinung, diesen Anstieg, den wir aktuell gesehen haben, diesen etwas positiven Anstieg von aus der 25.000er-Range auf die 30.000er-Range oder so in der Richtung, ist natürlich eine super schöne Sache, gar keine Frage. Aber ist in den meisten Fällen halt eben auch nicht mehr als das. Ein kleinerer Anstieg von vielleicht 10, 15 Prozent. Wenn aber wirklich große Player einsteigen würden, die da Millionen, Milliarden, Billionen investieren würden, dann würde der Preis natürlich auch ganz anders aussehen bei Bitcoin. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Firmen das nicht ankündigen würden und nicht sagen würden, hey, wir kaufen für 100 Milliarden bald mal Bitcoin, so in einem Monat, macht euch bereit. Sondern ich glaube, die würden das einfach still und heimlich so tun, genau wie teilweise zum Beispiel Tesla, glaube ich, dann auch damals Bitcoin gekauft hat oder Apple vielleicht oder wer auch immer und das am Ende dann irgendwann rauskommt nach drei Jahren in irgendwelchen Bilanzierungen. Ist ja auch nicht schlimm, nur ich will sagen, man sollte sich von diesem aktuellen ETF-Hype aus meiner Sicht zumindest nicht packen lassen, auch wenn da einige YouTuber gerade so ein bisschen drauf pushen und sagen, hier, das ist das nächste große Ding, Bullrun confirmed, so in der Richtung. Glaube ich leider nichts von, auch wenn ich es mir natürlich selbst wünschen würde, gar keine Frage. Aber das wird in den meisten Fällen eher nicht so sein. Dann ziemlich spannende Sache, wir haben hier den Cryptic Poet und zwar VeChain. VeChain hat eine neue Partnerschaft mit Walmart in China. Ziemlich spannende Sache. Und ich glaube, das ist die Form der Adoption, die man da braucht. Die Frage ist halt eben, wann sich das ausbreiten wird und quasi nicht nur Walmart China, sondern halt eben auch Walmart in Amerika oder sowas dann irgendwie daran teilnehmen wird an so einer Partnerschaft und wahrscheinlich auch der Nutzung von VeChain. Aber das sind halt eben diese Real-World-Use-Cases, die wir für XRP auch wollen. Abseits davon nochmal ziemlich bitter. Hier gab es wohl einen gewissen Anstieg, einen Spike auf einem Exchange. Und zwar hat da wohl jemand Bitcoin gekauft bei einem Preis von 140.000 Dollar. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, warum man bei 140.000 Dollar eine Bitcoin-Order setzen sollte. Also das habe ich nicht ganz verstanden, warum man das machen sollte. Höher als der Preis aktuell ist. Aber gut, ja, jemand hat es anscheinend gemacht und hat da ein wenig Geld bezahlen müssen bei einem Preis von Bitcoin 140.000 Dollar. Hoffentlich geht der Preis irgendwann da wieder hin, damit der Junge zumindest breakeven sein kann. Dann geht es weiter von MacAttack XRP. Und zwar hier mit Spend the Bits. Und das Spend the Bits-Team hat eine neue Partnerschaft geschlossen mit Genfinity, um ein XRP-Giveaway zu machen. Ganz wichtige Aktionen. Selbst wenn das jetzt hier vielleicht angeführt, das erste legite XRP-Giveaway ist oder sowas, bitte nicht auf sowas reinfallen. Bei solchen Giveaways und so weiter muss man sich nie irgendwie anmelden mit irgendwelchen Seed-Phrases oder sowas. Man muss nie irgendwas irgendwo hinschicken. Keine XRP irgendwo hinschicken und so weiter. Das bitte, bitte, bitte nicht tun. Und deswegen da unbedingt aufpassen. Das ist ein großes Sicherheitsrisiko aus meiner Sicht. Genauso wie hier in den Kommentaren immer ganz viele Leute sind, die sagen, hier, der und der, der hat mich reich gemacht und so weiter. Ist natürlich alles nicht echt. Aber manche Leute fallen da halt eben drauf rein. Von daher da bitte, bitte, bitte aufpassen und niemals auf sowas eingehen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch zwei Fun-Tweets. Einmal hier von Stefan Huber und zwar hier. Es handelt sich um Monate. Na, vielleicht auch um Jahre. Hier mit Brad Garlinghouse schon ein bisschen in die Jahre gekommen quasi. Von Stefan Huber hier gepostet. Und nochmal von Aixa, wenn jemand dir ein Meme schickt, das du bereits gesehen hast. Ich bin bereits 50 Memes ahead of you. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder das Like, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin Leute, wir sehen uns. Ciao. 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 Ciao.